Grüß euch miteinander. Mein Name ist Jürg Wenger und ich wohne im Pfarrhaus in Signau. Die ersten Gedanken zu meinem heutigen Kraftfutter sind mir im Wartzimmer beim Doktor in Sinn gekommen. Wir waren ein paar Leute, jung und ein bisschen älter, die gewartet haben. Wie verschieden haben wir doch unsere Wartezeit verbracht. Still und nachdenklich ist der einde, junge Mann, auf seinem Stuhl gehockt. Aufgeregt erzählt eine Frau von ihren Krankheiten. Eine ältere Frau hat zugelassen und dabei noch ein Sudoku ausgefüllt. Ein Mann hat gerne nervös auf seine Uhr geschaut. Und da ist mir der Gedanke durch den Kopf. Nicht nur beim Doktor erlebt jeder Mensch das Warten ein bisschen anders. Sondern auch sonst im Leben. Zum Beispiel auch in der Adventszeit. Advent ist ein Weg. Ein Weg durch vier oder fünf vorwie nächtliche Wochen. Aber es ist ohne Weg vom Warten und vom Hoffen. Ein Weg, der zu einem bestimmten Ziel entgegenführt und am grossen Fest seine Erfüllung finden sollte. Die adventliche Zeit kann nur dann einen Sinn haben, wenn wir beharrlich und geduldig auf den Wuner warten. Auf den Wuner des Lichts in der Finsternis. Auf den Wuner des heilen Morgen nach einer dunklen Nacht. Auf den Wuner der Liebe in einer Welt von Lieblosigkeit und Hass. Dunkel sind nicht nur die Tage im Dezember. Dunkel ist so viel in der Welt und in unserem eigenen Leben. Aber wir können nicht aufhören zu warten und zu hoffen. Wir spüren, dass das Dunkle nicht zu uns gehört. Sondern, dass wir zum Licht müssen gehen. Advent heisst, an das Licht zu glauben und sich mutig auf den Weg zu machen. Ihm entgegen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. So singen die Menschen jetzt wieder in allen Kirchen und Kapellen. Wer sich in diesen Tagen die Türen von seinem Herz auftut und zu mittels in der Nacht geduldig auf den Wuner von einem neuen Morgen wartet, der wird nicht ohne sagen bleiben. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Auf Wiederhören miteinander. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Untertitelung des ZDF, 2020